Willkommen zurück bei The Last of Us 2. Wir stehen kurz vor dem Seravena Hotel. Wir sind zwar immer noch in der Quarantänezone von Seattle, aber jetzt geht die Hauptgeschichte weiter. Wir haben uns ja in der letzten Folge den Benzinkanister... Ne Quatsch, in der vorletzten Folge haben wir uns den Benzinkanister besorgt. In der letzten Folge haben wir uns das Benzin besorgt. Da hatten wir natürlich auch ein kleines Massaker im Gerichtsgebäude gehabt. Und wir haben alle Orte auf der Karte aufgedeckt. Ich kann euch das zeigen. Wir haben wirklich alle Orte aufgedeckt. Dafür haben wir auch eine Trophäe bekommen. Es war sogar eine silberne Trophäe. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, ins Hotel gehen und weitere Nachforschungen anstellen, um die Agenten des WLF ausfindig zu machen. Ja gut, Mädels, jetzt wo ihr das sagt, stimme ich euch da zu. Wie immer stimme ich euch zu. Ich würde euch niemals widersprechen. Verdammt, ich habe gedacht, ich komme hier rein. Aber wir kommen ja nicht rein. Das sieht auf den ersten Blick so unscheinbar aus, ja? Und das ist es im Endeffekt dann aber auch. Aber es hätte sein können, dass wir da noch ein paar Items finden. Können wir vielleicht auf den Wohnwagen noch drauf? Ich glaube nicht, der ist relativ hoch. Die Scheibe einschlagen wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Und die Tür werden wir erst recht nicht öffnen können. Nein. Wo ist denn jetzt hier bitteschön der Eingang? Ist es das hier? Nee, das ist es auch nicht. Das ist verriegelt und verrammelt. Naja gut, unser Pferdchen. Ich taufe ihn jetzt mal. Karlchen, der folgt uns ja natürlich. Der ist gut erzogen, der Junge. Der hat auch noch nie einen Pferdeapfel in seinem Leben verloren. Ebenfalls habe ich das nicht gesehen. Ich habe gerade gedacht, wo ich das angedrückt hatte mit dem Tipp. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wo Ellie das so rausgehauen hat. Da habe ich mir auch so gedacht, echt jetzt. Ganz tolle Nummer. Da wird Tipp eingeblendet. Ich wähle das an und dann haut sie sowas raus. Okay, da kommen wir rüber. Sehe ich auch schon. Da können wir auf diesen Container klettern. Aber ich schaue mich hier vorne nochmal um. Aber hier würde es wahrscheinlich auch nichts geben. Hier können wir noch eine Kombination eingeben. Aber wo führt uns das denn bitte schon hin? Ich meine, wir haben die Kombination. Wir haben ja so einen Zettel gefunden, gleich am Anfang der Quarantänezone, wo dann alle Codes draufstehen. Das führt uns direkt zum WLF. Da müssen wir wahrscheinlich auch lang. Glaube ich jedenfalls. Weil das ist ja das Hotel oder etwa nicht? Ist das hier das Hotel oder ist das Gebäude hier vorne? Da müssen wir hin. Okay, ich versuche aber erstmal hier weiter zu gehen. Wer weiß, was hier kommt. Ah, verdammt, jetzt habe ich mich verdrückt. Das ist welches Tor? Gate East. Das erste. Okay. Da muss ich nochmal schnell nachschauen. Wo haben wir es denn? Echt jetzt? Dafür steht keine Kombination dran? Ich fasse es nicht. Tolle Nummer. Das bedeutet, wir müssen da rein und wir werden sicherlich da die Kombinationen finden. Oder Sag jetzt nicht, es geht wieder um Benzin. Bitte nicht. Hast du einen Code für das Tor? Weiß nicht. Ja, das habe ich auch eben festgestellt, dass wir den nicht haben, Mädels. Okay, also den Code werden wir definitiv da drin finden. Da vorne ist der Infizierte. Aber hier auf dem Vorplatz sind jetzt keine. Ast rein. Mal wieder meiner Lieblingswaffe nachladen. Ich habe wirklich Gefallen an der Schrotflinte gefunden. Die haut echt rein. Gerade jetzt, wo wir sie auf Maximum haben. Hier finden wir auch nichts. Können wir hier hoch? Ne, da können wir auch nicht hoch. Schauen wir uns hier vorne nochmal rum. Oh, ich habe gerade gedacht, hier vorne ist ein Infizierter. Dabei war das Diener. Erschreckt mich doch nicht so. Können wir hier drauf klettern? Ne, können wir nicht. Das ist einfach zu hoch. Munition lag zwar hier rum, aber ihr wisst ja, in The Last of Us findet man natürlich nicht oft Munition. Zwei Schuss haben wir jetzt gerade gefunden für die Schrotflinte. Stürmen wir doch einfach hier mal rein. Da hinten sind Infizierte. Da sind die Schrotflinte. Scheiße, pass auf! Okay, was war das? Oh, ich hätte ganz gerne eine Sprengbombe, aber guckt euch mal an, da unter sind noch vier freie Felder und rechts daneben ist auch noch ein freies Feld. Das bedeutet, wir kriegen noch fünf weitere Utensilien, die wir dann im Kampf auch nutzen können. Ich habe zum ersten Mal Materialien über, ich bin ja erstaunt. Aber wie dem auch sei, wir hätten sie alle klar gemacht und das relativ reibungslos. Oder Dina, was sagst du dazu? Du kannst mich ruhig mal loben. Ich habe mich so gut angestellt. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Hier ist schon wieder ein Kalender mit Oktober 2013. Warum? Noch ein paar hochwertige Waffenteile. Quatsch, was labere ich denn hier? Hochwertige Waffenteile? Das war ja bei The Evil Within 2. Auf jeden Fall sind es ein paar Waffenteile. Oder Werkzeugteile. Wie auch immer. Irgendwelche Schräubchen. Wir sind jetzt also endlich mal im Cerro Wiener Hotel. Was werden wir wohl hier vorfinden? Ich frage mich das gerade. Werden wir auf weitere Infizierte stoßen? Ja, nice. Das sind kleine Figuren von einem Blauwal und von einem Orca. Können wir hier eine Runde Dart spielen? Ne, das geht nicht. Schade. Hätte ich ganz gerne gemacht. Das war, glaube ich, gerade was für die Schockbombe, was Ellie da aufgenommen hatte. Oh yeah. Ich glaube, der hat eine neue Waffe. Oder war es nur Munition? Der hier ist frisch. Und er hat einen dieser Wolf-Aufnäger. Sie haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat. Dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Ist das keine Gerechtigkeit? Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Naja, wollen wir hoffen, dass wir die selber noch zur Strecke bringen können. Entschuldigung, Dina, ich habe dich wieder geschubst. Oh, was ist das denn? Goldene Hunde? Sind das Labradoren? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Sieht so aus, ja? Ich bin jetzt nicht so der Hundekenner. Ich möchte sagen, es war ein Abbild von einem Labrador. Nadina, hast du Lust, eine Runde zu kickern? Ich schlage dich bestimmt im Tischfußball. Aber ich will es jetzt natürlich nicht darauf ankommen lassen. Wir haben ja wichtige Reste zu tun. Ich könnte jetzt hier auch eine Nahkampfwaffe tauschen. Mache ich aber nicht. Das Messer ist eigentlich relativ gut. Das behalte ich erstmal bei. Ja, da gebe ich dir recht, Dina. Da ist ja einer reingelaufen. Aber wir haben ja immerhin vier Stück oder waren es sogar fünf Stück in der Lobby klargemacht. So viele werden hier nicht mehr am Start sein. Hoffe ich jedenfalls. Oh, wieder neun Waffenteile. Meine Güte, jetzt finden wir aber ordentlich Materialien. Von wo bin ich denn reingekommen? Von hier vorne, wa? Da war noch ein Lumpen. Was haben wir hier? Mal wieder eine leere Schublade. Ich halte die ganze Zeit schon ein bisschen ausschauen nach einem weiteren Safe. Aber eine Kombination müssen wir ja dafür auch finden. Was ist das hier? Hey, da ist hier Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Ja gut, aber das könnt ihr euch theoretisch doch jetzt schon abfüllen. Wir brauchen noch Benzin für diesen einen Generator da draußen. Es sei denn, da ist schon Benzin drin. Dann brauchen wir das natürlich nicht mehr. Aber gut zu wissen, dass da unten noch was ist. Da liegt schon wieder einer vom WLF-Team. Das ist auf jeden Fall keiner von den Leuten, die an dem Mord an Joel beteiligt waren. Das waren alles relativ markante und verschiedene Charaktere. Die fallen auf jeden Fall auf. In den Kleiderschrank kann ich leider nicht rein. Ich wollte mich doch da verstecken. Oh, 18 Verbesserungspunkte. Ja, nice. Ich glaube, jetzt kann ich wieder was verbessern, oder? Ne, doch nicht. Stimmt ja, wir haben ja erst letztens was verbessert. Aber was sollte ich verbessern? Ich spare noch meine Punkte für das hier auf. Dann habe ich auf jeden Fall einen Strang schon mal komplett fertig. Das ist auch eine relativ gute Sache. Wenn wir dann halt Schaden kassieren und fast tot sind, bietet das Ellie nämlich noch Chance zur Flucht. Und dann habe ich diesen Fähigkeitsstrang auf jeden Fall schon mal fertig. Mal schauen, was wir hier noch in den weiteren Hotelzimmern finden werden. Wir sind ja von da unten gekommen. So wie es ausschaut, können wir, glaube ich, auch noch weiter nach oben, oder? Ne, wir könnten mal wieder nicht nach oben. Das ist hier gang und gäbe in The Last of Us. Das war auch schon im ersten Teil so. Dass immer die Wege nach oben, also das Treppenhaus quasi, verbarrikadiert wurde. Aber gut, das würden wir wahrscheinlich auch so machen, wenn wir in solchen Gebäuden überleben wollen würden. Wir würden natürlich den Weg nach unten verbarrikadieren, denn dadurch würden wir natürlich den Weg für die Infizierten versperren. Ah ja, eine Sammelkarte. Was haben wir denn? Know it all heißt, glaube ich, diese Sammelkarte. Wie Dina immer wegspringt. Ja, okay, das habe ich jetzt mit Absicht gemacht. Kiebe ich zu. Ich frage mich wirklich gerade, ob die WLF-Agenten in diesem Hotel gelebt hatten. Oder ob sie hier nur irgendwelche Personen quasi bewacht oder beschützt haben. Das frage ich mich gerade. Augenblick mal, war da oben noch was? Nee. Okay, das Zimmer ist auf jeden Fall clean. Hier geht es dann auch nicht mehr weiter. Dann ist das ja hier das letzte Zimmer, weil wir kommen ja auch nicht weiter nach oben. Dann muss es von hier aus irgendwo weiter dann wahrscheinlich auf die Feuerleiter oder so gehen. Scheiße. Was ist denn hier passiert? Das war Tommy. Das? Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße. Hier drüben ist noch jemand. Den kenne ich nicht. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage. Aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird es hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Ach. Das ist ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Auf jeden Fall eine coole Aktion von Tommy. Ja. Was war das jetzt hier für ein Code? 7-3-0-2. 73-0-2. Okay. Das muss ich mir merken. Also wenn Ellie recht hat, dann sind wir Tommy auf den Fersen. Finde ich eine coole Aktion, was er gemacht hat. Die Leute müssen einfach dafür büßen. Der Meinung bin ich einfach. Okay. Kommen wir jetzt wirklich hier weiter, Dina? Hier können wir schon wieder was tauschen. Wir könnten das Messer gegen einen Hammer tauschen. Na gut, was hat jetzt mehr Wucht? Ja, ein Messer oder mehr oder weniger unsere Machete oder ein Hammer? Aber ich möchte unbedingt die Machete behalten. Ich finde die eigentlich ganz nice. Okay. Dina, darf ich da mal durch? Ne, darf ich nicht, wa? Dann muss ich hier jetzt wieder runter. Du sagtest ja, Tommy hat so einiges getan, aber... Scheiße. Ich frage mich jetzt, müssen wir den Generator wieder in Gang bringen? Oder nicht? Tja, Dina, ich weiß es nicht wirklich. Aber wir nähern uns auf jeden Fall immer weiter diesen WLF-Agenten. Das kann ich dir schon mal versprechen. Es fängt jetzt auch an zu regnen. Das war vorher noch nie so. Auch mal ein geiles Feature, das so zu sehen. Wir müssen jetzt auch hier mit dem Pferd wieder überspringen. Ich steige mal auf Karlchen. Wir sollten irgendwo ein Lager aufschlagen. Vielleicht weiter oben, dann haben wir das Gebiet im Blick. Klingt gut für mich. Okay. Suchen wir ein offenes Gebäude. Vorzugsweise ohne Infizierte. Oder WLF. Wie auch immer. Ich habe noch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Nein, danke. Du solltest etwas essen. Oh mein Gott. Was? Ich klang gerade wie meine Mutter. Ich brauche nichts. Aber der Vorschlag ist ganz gut, Ellie. Da muss ich Dina recht geben. Du solltest wirklich mal etwas essen. Dann suchen wir uns jetzt mal ein Gebäude. Und bauen uns ein kleines Lager auf. Es wird wahrscheinlich auch nur einen Weg geben, wo wir hin können. Weil wenn ich mich jetzt hier so wieder abseits der Wege bewegen will, dann ist mir das ja leider verwehrt. Was haben wir denn da? Kann ich da runter? Da kann ich schon mal nicht runter. Hier muss ich auch wieder mit dem Pferd rüber. Was zur Hölle? Wir sind in eine Falle geraten. Hätte nicht gedacht, dich noch mal zu sehen. Wie hast du uns gefunden? Hab nach einem Typen mit einer scheiß hässlichen Narbe gefragt. Sehr lustig. Wie viele sind noch hier? Nur ihr beide? Du kannst das nicht stoppen. Jordan! Du solltest nach der anderen Ausschau halten. Was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja. Dieses Mädchen war da. Was? Sie sind hinter uns hier. Deshalb war nichts so zugerichtet. Wir müssen sie zu Isaac bringen und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, tja, ich hab grad mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag. Alle einbringen, die wir töten. Whoa, Moment, Moment. Das ist doch fälliger Schwachsinn. Das ist ein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Scheißegal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mike. Es ist egal, wie viele es sind. Wir finden sie, wir töten sie. Kannst du nicht bitte einmal kurz dein Hirn einschalten und einfach... Tina! Wenn ich hierher kommen soll. Tina! Komm schon, Ellie. Versuch, dich zu befreien. Ich geb mir wirklich Mühe, hier alles hinzubringen. Glaubt ihr das? Komm schon, schneid das durch. Sehr schön, Ellie. Jetzt machen wir fertig, komm. Hab dich, Miser Mixer. Alles gut? Geht schon. Ellie. Ellie. Wir sollten gehen. Bis zum Platz hat jemand die Schüsse gehört. Schau mal. Sie gehört zu ihnen. Na los, zieh dir den später an. War da ein TV-Sender auf der Karte? Ich hab keine Ahnung. Komm. Fuck Ellie. Okay, Dina. Jeder nimmt einen, oder? Bring sie um! Oh Gott, das hab ich daneben geballert. Ich hab gar nicht so viel Schuss. Na, Freundchen, tolle Frisur hast du übrigens. Nimm mal nochmal bitte deine beschissene Birne hoch. Tu mir den Gefallen. Komm schon. Jetzt macht er das nicht. Das macht er... Ich fass es nicht. Jetzt macht er das. Und jetzt macht er das wieder nicht. Also die KI der Gegner ist doch ein bisschen... ...doll intelligent, wie ich finde. Das war's dann erstmal. Naja, Dina, machen wir mal. Lass mich mal kurz noch ein bisschen umschauen. Vielleicht liegt hier noch irgendwas Brauchbares rum. Das war jetzt auch das erste Mal, dass wir mal gegen normale Leute gekämpft haben. Den hat Ellie ja abgestochen. Das war der Typ, der uns auch damals schon erschießen wollte, wo wir da in dieser Skihütte gewesen sind. Das war zu dem Zeitpunkt, als sie Joel getötet hatten. Ich wechsle jetzt mal auf diese Waffe. Nehmen wir mal den Revolver. Dafür haben wir immerhin noch zwölf Schuss. Alter Falter, dem hab ich ja komplett das Gehirn weggeschossen. Auch geil. Aber warum zum Teufel hat er keine Munition? Habe ich gar die falsche Waffe? Hey, ihr blöden Leute vom WLF. Droppt wenigstens mal Munition, die ich auch mitnehmen kann. Wäre echt toll, wenn das so wäre. Kann ja wohl nicht sein. Ich meine, ich muss ja hier mal Ansprüche stellen. Da droppen die Munition. Und ja gut, mein Revolver ist jetzt voll, aber die hätten auch andere Munition droppen können. Zumal für das Gewehr, Shotgun oder halt auch für die normale Pistole. Ich muss mir den anderen Löffel mal anschauen. Ja. Dem haben wir komplett das Gesicht zerfetzt. Aber habt ihr mitbekommen, als ich auf den gezielt habe, der wusste, dass ich auf den ziele, der hat nicht seinen Kopf hochgenommen. Also die Intelligenz der Gegner ist doch ein bisschen krasser gestaltet. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste es. Okay, es sind drei Lappen am Start. Aber dem einen kann ich, glaube ich, ein Loch in den Stirn schießen. Ach, du Scheiße. Das war's! Auf sie! Ach, Scheiße, kann ich mir nicht tun? Verdammte Scheiße. Dina, halt mal kurz die Stellung. Ich muss mich mal heilen. Okay, das war eine blöde Idee. Ich wollte auf den Zustürm und dem eine verpassen mit der Nahkampfwaffe. Na, warte mal weiter. Ey, ich hab dich doch erwischt. Oh, verdammt. Okay, das war richtig blöd gerade. Ich brauch mal einen Revolver. Was, der Treffer reicht nicht? Oh, wer ballert denn hier auf mich? Ich muss noch mal einen Verband nehmen. Das wollte ich eigentlich von Anfang an machen. Sehr schön, Dina. Die hat mal klar gemacht. Oh, ich hab mich total blöd angestellt. Aber das kann's noch nicht gewesen sein. Ich glaub's nicht. Sag ich doch. Kaum sag ich das, kommen die nächsten Lutscher an. Aber hier hab ich eine echt blöde Position. Ob ich weg kann oder nicht, das wird sich noch zeigen. Nein, ich bin hier. Hallo. Dina, komm schon. Wir müssen in Deckung gehen. Wir können ja auch versuchen, die Leute hier zu stapeln. Einer von den Vollpfosten ist da hinten noch. Aber weiß der, wo wir sind? Hat er uns gesehen? Ihr dürft ja nicht vergessen, ich muss mich jetzt auch ein bisschen daran gewöhnen, gegen normale Gegner zu kämpfen. Ich hab vorher sonst immer nur gegen Infizierte gekämpft. Dina hält sich ja versteckt. Und den Lappen, den schnapp ich mir jetzt von hinten. Oder fast von hinten. Oh. 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 Waren das jetzt alle? Alles okay? Ja. Erkennst du irgendeinen davon? Nein. Aber habt ihr gesehen, wie schnell wir doch down gehen können? Ich meine, ich hab die Gesamtgesundheit schon erhöht gehabt. Ja, darf man ja nicht vergessen. Aber ich hab mich zum Anfang natürlich ein bisschen blöd angestellt, weil ich direkt auf die Jungs zustimmen wollte. Sie verhalten sich halt anders als Infizierte. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Aber ich brauche unbedingt irgendwie eine lautlose Waffe. Ein Bogen oder einen Schalldämpfer für die Pistole, das wär schon nice. Ich schau mich hier vorne nochmal ein bisschen um. Eventuell liegt ja dann doch noch ein wenig Munition irgendwo hier in der Nähe. Aber bis jetzt sieht das nicht danach aus. Okay. Eine Flasche und ein Schuss für die Shotgun. Yippie-Ka-Yo. Komm, Erdi, lad das mal bitte nach. Dankeschön. Da lag noch ein bisschen Heilung. Kann ich mir eigentlich ein Medikit herstellen? Ja, eins kann ich mir wieder herstellen. Ich hätte auch mit einem Molotow-Cocktail arbeiten können, aber die wussten ja, wo ich bin und da hat's oder hätte es nichts gebracht, die mit einem Stein irgendwo hinzulocken, sodass ich dann alle auf einem Fleck erwische. Das hätte wirklich nichts gebracht. Da ist noch ein Lumpen. Und ich glaube, ich kann mir jetzt wieder ein weiteres Medikit herstellen. Habe ich jetzt hier wirklich nichts vergessen. Nochmal über alle drüber rennen. Die hatten auf jeden Fall keine Munition. Und wenn sie Munition gehabt hätten, dann wahrscheinlich wieder Munition, die ich nicht nutzen kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles war. Die Musik ist noch so ein bisschen spektakulär. Ich glaube, da kommen noch welche. Okay, hier habe ich mich umgesehen. So, Dina, halt den Kopf unten, wer weiß, was kommt. Sag ich doch. Okay, da sind aber drei Stück. Ah, die haben mich aber noch nicht gesehen. Scheiße, ich wollte die alle auf einen Fleck locken. Scheiße, wo denn? Ach, da oben. Haben die uns gesehen? Wissen die, wo wir sind, Dina? Ach, was ist das? Wer hat mich gesehen? Oh, scheiße. Ellie, laden ab, bitte. Scheiße, ich muss mich heilen. Verflucht doch mal! Kommt weiter vor! Okay! Oh, verdammte Aktion. Dafür ist das Gewehr echt nice. Dina, komm, geh in Deckung. Du hast noch ein Midi-Kit. Oh, verdammt, falsche Waffe. Sehr schön, Dina. Krasse Aktion. Also mit der Pistole brauche ich die nicht kommen. Wenn ich da kein Kopftreffer lande, ja, dann war's das bald. Habt ihr ja gesehen, wie ich da ordentlich zu Boden gegangen bin. Ein Treffer nach dem anderen habe ich da kassiert. Auch wenn ich im hohen Gras bin, wenn die einmal wissen, wo wir sind, dann sind wir echt am Arsch. Aber ich glaube, das waren jetzt vorerst, Betonung liegt auf vorerst, alle. Wir versuchen erstmal hier alle zu looten, je nachdem, ob das auch geht und ob die auch Munition haben. Ich weiß gar nicht, wie ein Dina hier so alles abgeknallt hat. Das ist jetzt der Nachteil am hohen Gras. Ich sehe die Leichen nicht mehr. Aber das Gewehr ist auf jeden Fall gut. Eingezielter Bauchtreffer oder Brusttreffer, jedenfalls ein Treffer auf den Körper, sagen wir es so. Das haut auf jeden Fall rein. Haben wir wirklich alle abgeknallt? Und ihr habt ja gesehen, so viel Munition droppen die Jungs dann auch gar nicht. Ich meine, da lag ein bisschen was rum, ja. Aber das hat gerade so ausgereicht. Kann ich hier wieder was einsparen? Aber leider ist da nichts drin, was Ellie noch zu sich nehmen könnte. Schade. Nochmal schauen, habe ich hier wirklich nichts vergessen? Wurde ungern Munition oder dergleichen vergessen. Da lag noch ein bisschen Alkohol. Kann mir noch ein Medikit dadurch herstellen, das ist nice. Ich muss demnächst das auf jeden Fall mit der schnelleren Heilung machen. Also, dass ich Ellie auf jeden Fall schneller ein Verband wickeln kann. Da lag noch Muni, das wollte ich doch haben. Okay, Dina, da geht's hoch, wa? Warte mal, wir schauen uns hier oben nochmal um. Ich denke mal, da wo Dina ist, ist es jetzt auch der richtige Weg. Sicher bin ich mir aber nicht. Aber vielleicht finden wir hier oben noch ein bisschen Munition oder Materialien. Sieh an, sieh an. Was haben wir denn da? Ein wenig Alkohol. Oder etwa nicht? Ne, was war denn das? Was haben wir denn aufgenommen? Naja, scheißegal. Irgendwas haben wir aufgenommen. Dann war es doch ein Lumpen. So, Dina, ich komme jetzt zu dir und dann gehen wir weiter. Einen Augenblick bitte noch. Vielleicht ist hier vorne noch irgendwie was. Schade, da ist nichts mehr. Oh mein Gott. Hier oben geht's doch gleich wieder zur Sache. Das Gebiet ist doch prädestiniert dafür. Warte, Dina, bevor wir da weitergehen, schaue ich mich hier vorne noch um. Was hab ich gesagt? Oh nein. Hey, ihr zwei. Der Eindringling ist weg. Was? Hast du was gesehen? Nein. Sichert das Dach. Ich suche hier drüben. Glaubst du, das sind alle? Das überprüfen wir nicht. Ich hab's jetzt im Nahkampf aber auch echt drauf angelegt. Habt ihr das gesehen? Ich hab jetzt überlegt, wirfst du da vielleicht eine Flasche oder einen Stein hin, sodass die alle da hinrennen? Und dann hätte ich die mit einem Molotow klar gemacht, aber, na gut, zwei hab ich erwischt, aber ich hab sie nicht richtig erwischt. Sonst wären die komplett down gewesen. Aber so hab ich jetzt wieder ein bisschen Munition gespart. Gehen wir mal auf die Pistole. Hier blinkt doch eine Waffe. Aber ich kann dafür keine Schuss mitnehmen. Warum nicht? Ist das nicht die Waffe, die wir gerade nutzen, oder was? Was haben wir da? Da haben wir noch ein bisschen Werkzeugteile und Munition und Heilung. Kann ich mir noch was herstellen? Nee. Alkohol fehlt mir noch. Wo zum Teufel geht's jetzt weiter? Dina, hast du einen Plan? Wenn ja, sag mir das bitte. Lass mich daran teilhaben. Hier scheint es weiter zu gehen, aber die kamen doch von oben von dem Dach. Die kamen doch von dem Vorsprung da oben. Ich musste mal was abchecken. Es wurde ein Kontrollpunkt gemacht. Das bedeutet, wir können erstmal einen Cut an dieser Stelle machen. Da haben wir noch eine weitere Notiz. Und in der nächsten Folge geht's dann natürlich nahtlos weiter. Aber ich muss hier vorne erst noch ein bisschen was einsammeln. Wie ich gerade sehe, ist hier ja noch was. Was haben wir denn da alles Tolles? Noch ein Schubfach. Ist da wenigstens mal was Brauchbares drin? Naja gut, Waffenteile. Sonst liegt hier nichts weiter rum. Nee, ich glaube nicht. Da ist noch ein bisschen Munition. Waffenteile. Und noch irgendeine Flasche. Okay. Das war doch ganz passabel. Und dann machen wir erstmal einen Cut an dieser Stelle. In der nächsten Folge geht's dann wie gesagt weiter. Wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet auch zur nächsten Folge ein. Bei The Last of Us 2. Bei The Last of Us. Bei The Last of Us. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020